Der Asoziale, ne? Egal, wenn ich jetzt dein Imposter werde, direkt weg machen. So. Oder Officer, wäre auch schon... Ist mir scheißegal, Junge. I really don't give a fuck. Wo ist Parzival? Junge, der kriegt jetzt... I really don't give a fuck. Der wird abgeschossen. Komm her, Junge. Moin, geht's rein. Ja, auf euch geht's gut, auf das Ablauf. Kleine Einspieler am Montagmorgen, aber heute... ein bisschen besonders, wie ihr seht. Ihr seht mich mal wieder. Ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich eigentlich nur diese transparenten Einspieler hatte, wo ich einfach nur was draufgesprochen habe, aufs Video drauf. Aber heute seht ihr mich wieder in voller Pracht. Jetzt werdet ihr fragen, Baumhahn? Wie kommen wir zu der Ehre? Ja, ich möchte eigentlich so drei, vier Punkte einmal ganz kurz announcen, beziehungsweise anschneiden, die eventuell für den einen oder anderen interessant sind. Erstmal, es wird mit den Videos jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich eine kleine Veränderung geben. Welche kann ich euch leider noch nicht sagen, weil ich und meine Katha, Pete und irgendwo dann noch so ein bisschen in der Klärungsphase sind. Aber wir werden wahrscheinlich, das ist zumindest die Idee dahinter, das so hinbekommen, dass wir zwei Videos Among Us machen die Woche und ein Video irgendwas. Damit ihr auch so ein bisschen Abwechslung reinbekommt, damit ich auch ein bisschen Abwechslung reinbekomme. Die Idee fanden wir ganz gut. Falls ihr sagt, jo, sehen wir ähnlich, würde ich mich freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar zu hinterlassen könntet. Dann ein Video, was nach dem Video live geht. Also das ist ja jetzt hier das Montagsvideo um 11 Uhr, pünktlich wie immer, ihr kennt ihn. Eine Stunde später, um 12 Uhr, wird hier auf diesem Kanal ein Infovideo zu meinem World of Warcraft The Burning Crusade Classic Projekt hochgeladen werden. Da geht es in die Richtung Gilde etc. pp. Ich will jetzt auch nicht zu viel anschneiden, weil es ist sehr ausführlich. Falls ihr also WoW interessiert seid und sagt, boah, mit einem Hahnraiden, da würde ich mich sehen, dann checkt auf jeden Fall das 12 Uhr Video aus. Und unten in der Beschreibung lasse ich euch auch noch meinen Discord-Link für die Gilde da. Also ihr könnt dann gerne joinen. Macht nur bitte einen Kommentar dass ihr von diesem Infovideo kommt oder von diesem Video, was ihr jetzt gerade seht. Ja und dann abschließend möchte ich euch ganz gut sagen, zu dem Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Wir haben Town of Us gespielt. Town of Us ist ein super nicer Mod mit super vielen Rollen in Among Us. Wir konnten den letzte Woche spielen, war super, super geil. Deswegen werden die ganzen Videos diese Woche die über Among Us handeln werden, alles Town of Us Mod sein, weil ich da einfach so viel Spaß hatte. und ja, würde mich natürlich auch da über einen Kommentar freuen, wenn ihr sagt, boah, die Mod ist eigentlich ziemlich geil. Gerne mehr davon. Leute, dann will ich nicht lang schnacken. Die Runden lasse ich jetzt erstmal unkommentiert. Seht einfach selbst. Falls ihr euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Haut rein, Kinders. Peace. Digga, was ist denn los? Wie oft bin ich denn bitte Mafioso? What the hell? Ach du Schreck. Hallo? Wer hat das Licht? Ihr Wix? Ich? Okay. Okay, sie liegt im Gang nach Electrical oben oder nach unten, je nachdem, was sie möchte. Mein Spiel ist verpackt gewesen, als die Zeit zurückgespult wurde, habe ich jetzt immer noch diesen blauen Bildschirm und ich kann mich nicht bewegen. Oh je. Geil, Digga. Der erste kann den Eigenkill nicht gemacht haben, plus er ist auch nicht Janitor. Wir waren unten links in O2 und als ich dann in Lifeline gegangen bin, ich glaube, du bist irgendwo hochgegangen, weiß ich jetzt nicht, war Max schon tot, plus weggewischt worden. Also das Einzige, was sein könnte, ist ein Mafioso. Wollte ich immer ganz kurz sagen. Haben wir allgemein Lifeline-Info? Passivale ist relativ frisch, Max, boah. Max schon älter. Max schon älter. Max schon älter, ja. Also der habe ich gerade im Specimen gesehen, der war im Simon Says. Und ich habe euch beide da gesehen. Beide? Wer war nur noch? Ja, euch beide habe ich gesehen, weil ich bin da durchgerannt. Ach, ah, oh okay, okay. Gut, dann warst du auch da. Ich habe sie. Ja, war ja leicht aus. Durch durchgerannt, kurz. Also ich habe mir gerade, ich habe gerade meinen Kopf in die linke Wand von Weapons reingedrückt. Okay. Vor allem das war auch, ich mache in Office die Kabel, auf einmal kommt der Time Master und macht seine Aktion und ich schlaufe einfach gegen die Wand und mache die Kabel einfach weiter. Ja. Ja. Gut, ne? Ja, gut, der. Ja. Aber haben wir sonst, wir wissen sonst auch nicht, hat jemand Max gesehen sonst noch? Nee, schon ewig nicht. Also er ist auf jeden Fall, der muss irgendwo rechte Seite gestorben sein oder im Office. Ich habe ihn am Anfang gesehen in Lifelines. Genau, da waren wir alle relativ gesteckt, ne? Ja. Ich habe gleich noch eine Info für euch für nächste Runde. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Träscher, warst du das schon wieder? Im Postal wird getötet. Huh, Wimmi! Ich heilig! Ah, I see, Kendo, du machst mich stolz. Blau ist ungefähr vor zwei Sekunden gestorben. Wurde er aufgewischt, Kendo? War er aufgewischt? Nein, nein. War jemand im Office grad? Ja, ich und Kendo. Hast du dort Dasher gesehen? Nee. Also Dasher kam grad von den Toiletten in Lab? Ja, wir haben Kabel, so by the way. Ja, kann sein, oder du bist gewendet. Light, hast du Dasher gesehen vorher in Lab? Ja. Ja. Okay, ja gut, alles klar. Okay. Die Leiche ist sehr, hä? Warte mal. Shelly, Peachy, wo seid ihr? Wir sind grad links, O2. Genau. Ja, aber dann muss das doch Light und Dasher sein, Kendo, oder? Weil ich hab oben rechts drei Leute gesehen. Also zumindest im Admin. Und ich stand auf dem... Wie lange seid ihr in O2? Seid ihr gerade reingekommen? Kann das sein? Ja. Ich steh auf dem Mad-Base-Scan und Terz dich dann neben mir. Und hab darauf gewartet. Ja, ich war vorher ein Specman. Ja, und wenn dann Dasher da noch steht... Ja. Dann sind das drei. Dann passt das doch aber mit dem. Ja, aber... Also Dasher ist eh Sas, ne? Weil der kam von den Toiletten und dann... Ja. Nein, Dasher ist aber sei für den Dings, sonst hätte er nicht gesagt, dass er die Kabel gemacht und dann gegen die Wand gelaufen ist. Ja. Also das muss er dann... Dann hat er GG. Also... Ja, das kam ja gerade so vor, als würde man echt killen wollen. Aber okay. Hä? Ja, du bist mir so ein bisschen hinterher gelaufen. Ja, aber wenn drei Leute im Lab sind und da... Sie können sich ja covern, die drei. Ist es eher für mich so, dass die linke Seite... Aber wenn sich doch auch zwei Leute... Hä? Dann covern sich halt Gottvater und Janitor und das dritte ist die Leiche. Ja, glaub ich nämlich auch. Ich würd jetzt hier auch... Also... Ich würd jetzt hier light. Hab ich irgendwie... Äh, ich möcht nur sagen, ich bin Sheriff. Mal ganz ehrlich. Ich würd jetzt auch mal ein bisschen früher sagen können. Oh Mann, immer solche Infos zehn Sekunden vor Ende zu kommen ist wusch. Ja, wahrscheinlich wird jetzt halt eh irgendwas gesloppt, I don't know. Ja. Ja. Oh. Ach, Schwein gehabt. Hä? Worüber ich denn jetzt hast dafür? Oh mein... Leid will mich erschießen. Oh mein Gott. oder? Savannah? Bo hep. Uff! Ja. Doch wenn ich jetzt auch tinha... normally laid eins. Becauseys kliumpetsus schnlig hier, Und dann... die Seite für motherfuckers. Also ich gehe mal davon aus, dass wir mit Shelly wichtig waren, weil sonst wäre die Runde vorbei gewesen. Richtig. Ich habe gesehen, Kendo ist tot, deswegen auch der Button, weil nur noch ein Kill dann die Runde vorbei ist. Die Leiche eben, die war zwei Sekunden alt. Genau, und da fallen Light, Terce und ich raus. Ja, ich kann es auf gar keinen Fall gewesen sein, ich war schon beteiligt mit der scheiß Madbag-Task fertig. Und das Einzige, der den Kill noch hätte machen können, war Kendo, neben Han, aber Kendo wurde jetzt getötet. Ja, nee, ich kann den Kill überhaupt nicht gemacht haben, weil ich mit Kendo in den Office war. Ach, ey, war ja Buzzer, ne? Richtig. Ich und Kendo sind dafür fein raus. Aber mit einer Kill, also... Ich kann zwei Sachen droppen bei ihm ganz kurz. Und zwar, einmal, Terce, erste Runde mit den Kabeln hast du übel gelogen. Äh, übel gelogen nicht, aber du hast so komisches Movement gehabt, das fand ich so ein bisschen weird. Magst du mir das kurz erklären? Das sah so aus, ob du... Ja, ich war lost, ja. Ich bin erst runtergegangen, in O2 meinst du, ne? Ja, okay. Ja, ja, ich hab nicht gecheckt, da ich die Kabel da hab, dann bin ich wieder hochgekommen, ne? Was sind denn eure Wahlen? Light, Terce? Ich will die bis zum Schluss aufwählen. Sheriff. Ja, da hab ich gleich was zu sagen. Äh... Terce ist... Ähm, Dings, ne? Maja? Ne, ich bin Crew-Mate, ganz normal. Hm... Hä, ich bin aber auch Crew-Mate. Ach, Peachy. Pass auf. Wir können's, wir können's, wir können's relativ, wir können's relativ easy machen. Ich wollte's jetzt gerade nicht sagen, ich hab auch Light leider nicht gefunden, weil ich bin Sheriff und ich werde jetzt auf Terce schießen. Doch, ne, 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 Light. Also ich werde jetzt Light voten und Terce werde ich erschießen. So ein Ding ist das so. Ich bin Sheriff. Nein, 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 nein. Ich vote jetzt... Naja, wenn Harn Light voten. Oder Harn ist, ist, ist... Nein, nein, nein. Terce, Light und ich sind safe. Nein, das ist Terce, ich wollte jetzt hier auch Terce. Terce, du kannst auch nicht sein, der stirbt 50 Minuten hier. Ja, aber ich bin Sheriff. Ha, 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 ha. Peachy geht in den Wind. Ha, 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 ha. Boah, Alter, ihr... Renn, renn, meine Freunde. Peachy, renn weg. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ich hau ab. Oh mein Gott. Das habe ich nicht verstanden, wie Peachy damit durchkommt. Ja, sind halt drei Impostor-Votes, wenn neun Leute gevotet haben. Aber neun Leuten am Leben... Ich bin wieder Swapper. Ach, haltet doch mal alle euer Maul. So, könnt ihr mich jetzt mal bitte echt am Leben lassen, ihr scheiß Asozialen? So. Ich will meine YouTube-Runde machen. Okay? Wenn ich jetzt geswappt werde, ne? Also dieses Rollswap, die Roleplay oder wie die Scheiße auch heißt. Damit ihr aber anders trau euch, ne? Ich finde hier im Übrigen Impostoröl benachteiligt. Kannst aber nur swappen, wenn du lebst. Ach so. Ja, das wusste ich ja gar nicht. Ja, Mensch. Danke für diesen Tipp, Hahn. Ne? Hä? Ich kann... Ich kann das nicht fixen. Loll? Wieso konnte ich das nicht fixen? Wat? Wat ist dat denn für ne dumme Scheiße? Loll? Kann man als Swapper nicht. Ah, okay. Äh, ich lass zwar... Oh, ich lass gerade scheinbar drei Leichen verschwinden. Äh, aber Lia ist eine Prostor. Warum bin ich denn ein Impostor? Naja, du bist runter O2 gelaufen, hast die Türen zugemacht. Hä? Das Licht ging aus. Alle Türen waren immer noch zu, aber du bist nicht mehr unten im O2 gewesen. Und die Fußabdrücke, die ich sehe, sind Richtung Wendt gegangen. Oh, ah, Lia! Ah, das war gar nicht cool, dass du dich... Was zum Zeug bestimmte nicht bei dir, Knechti? Oh, yeah, Knechti. Du hast mich abgeholt. Ne, Knechti... Martin, ich hab doch... Nein, ich war dieser Rollentauscher und ich war jetzt Engineer. Was sch*** denn ich mit dir? Aber Engineer kann der der Mott nicht. Nein, warst du nicht. Ich hab alles abgeguckt. Warte mal, warte mal. Ich hab doch auch noch Hahn gesehen. Warte, stopp. Warte mal. Also ganz kurz, bist du denn gewendet, Lia? Nein. Okay. Du warst nicht da, als ich dort gerade durchgelaufen bin. Also kenn du Babsi... Ja, weil ich da schon längst wieder draußen bin. Ganz ruhig. Aber die Türen waren doch zu. Wie willst du nur rausgekommen sein? Dann sind die nach... Willst du gerade... Hä? Ich stand doch auch noch am Mönch mit Rubin. Was ist denn... Wo ist denn die Leiche? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche? Es gibt keine Ahnung. Ich hab nur den Top-Button gedrückt. Ich hab gerade drei Leichen verschwinden lassen. Okay. Aber ich bin Investigator. Okay, und Babsi... Okay, und Babsi, wie seid ihr? Nein! Ich bin noch unten im... Äh... Äh... In Swisman. Also ich war gerade... Babsi, die mich auch gesehen haben, wie ich da reingelaufen bin. Ich war gerade live rein und hab ja gesehen, dass drei tot sind. Und dann bin ich zu Admin und dann hab ich gesehen, dass vier O2 sind. Das war's dann anscheinend ihr, oder? Aber konkret, ich glaub dir. Glaub ihm doch nicht einfach. Was ist denn euer Problem? Lia, keine Sorge. Ich hab dich, Lia. Ich hab Kendo nämlich rausgeschmissen mit Swappa. Wuhu! Tschüss, Junge. Danke, ich war Meja. Ich hab dich ganzen Worts draufgehauen. Wuhu, Junge. Scheiße. Geil. Geil. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? What the fuck ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Ich hab Lias sanigen Booty gerade gerettet. Scheiß mal auf Meja, ist eh ne Opferrolle. Ja, dann ist es auch okay, GG, oder? Das ist jetzt echt dein Herz. Mann, ich hab... Er war terrified, ich versuch mich abzuschießen, ne? Oh Mann, Alter. Und das soll man dir jetzt glauben. Also Knechti und Uki sind mir hinterher gerannt. Ich hab da einfach nur die Labyrinth-Task gemacht und auf einmal fällt Uki einfach um. Ja, da ist Neifer abgestorben. Nein, hab ich nicht. Ach mein Knechti, was ist denn dein Problem? Also, Moment mal, die lacht ja schon so. Ich bin's doch aber gar nicht. Wapsi, Wapsi, was bist du denn? Groomid. Und Rubin? Swapper. Was für ein Swapper? Was für ein Swapper? Swapper! Ich bin geswappt worden. Ich war vorher, aber ein anderer so bin geswappt worden. Ein Knechti? Ja, weil ich das war. Ich bin Investigator. Okay. Ich seh die ganzen Füßerbrücke. Deshalb konnte ich ja vorhin auch sagen, dass die ja Richtung Band gelaufen ist. Und jetzt hat so Uki direkt neben mir getötet. Hab ich nichts. Keine Sorge, ich hab dich wieder. Ist das dein Ernst, Hahn? Ist das echt dein Ernst, Hahn? Ja! Oh mein Gott, das kommt so auf YouTube! Oh mein Gott! Verkauf nicht nur Crew-Mails, sondern auch alle anderen. Was ist denn dein Problem, Knechti? Hahn, wie soll ich denn einen Kill gemacht haben, wenn ich die ganze Zeit bei dir war? Keine Ahnung, ich hab dich nicht gesehen. Die Watt ist mega wild. Junge. Wie, du hast mich nicht gesehen? Aber Knechti hat sich echt an Lucky Timing. Ich schieße gerade auf sie. In dem Moment läuft sie mir auch voll entgegen. Lia, ich hatte deinen sahnigen Arsch. Also nächsten Monat, wie hat er dir zwei es habt, du weißt, ne? Keine Ahnung. Da kann man mal darüber reden, dass das Spiel mich zum größten Piep macht, was es überhaupt gibt. Ich bin Dreimal Lover. Du hast mich nicht gelabert.